Ja Leute, ich komme hier zu, hier ist SoftZest Storm und zwar mit Sven. Du! Geil! Geil, ne? Ja, und so ist das Sprichwort hier richtig nice. Schon geil spielen wir. Wir sind nämlich Lappepepenn. Wir sind Lappepenn, wenn ich dieses Talent verfügbar weg tue. Wir gehen runter, weil wir geil sind. Und schon geil sind. Oh. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Ja, wir haben schon geil freigeschaltet, weil wir einfach nice sind. Und sogar ist nice. Der wird skillhaft sein. Und wir haben ein Pferd dabei. Geil. Wie wollen wir das Pferd, ne? Wir wollen uns ein Pferd nennen. Berti? Bertha? Bertha? Ja, Bertha ist doch geil. Oh, schau mal da. Da ist Schwazi. Bam. Bombe los. Nix da Bombe los. Töten. Bombe los. Oh. Alle die Fotze. Bin ich jetzt gewöhnen, dass hier PC besser ist. Äh, PC sag ich schon, äh, Spiele besser sind als PC. Was laufe ich denn? Wo ist denn? Bäm. Ja, jetzt zieh ich mir zurück. Ja. Wäre eine gute Idee. Wäre schön, ja. Wäre nicht schlecht. Ja, ist gleich. Na, das ist aber Waller. Das ist böse. Waller hat auch nicht viel Life. Wir haben Survival-Ability ziemlich hoch, Alter. Wir haben Survival-Ability 9 oder so. Ich glaub sogar 10 hatten wir am Anfang mal. Jetzt aber. Oh, schau mal. Ich hab auch getroffen. Doch, doch, ich hab getroffen. Ja, ja. Oh, der hat überlebt. Alles klar. Bam. Also Rainer freut sich irgendwie immer nicht so über unseren Besuch. Ja, und? Oh, du. Oh, 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 oh. Wieder überlebte Wichser. Oh, der hat nichts mehr. Ich zieh mich mal zurück, boah. Wenn du nichts dagegen hast. Schrecksgrüß die Geiste, was es gibt, ey. Kann man wieder hin, ey. Und jetzt fährt er auf, so. Geile ist halt, wir haben auch überhaupt keine Mana. Bertha, let's go. Bertha, go. Bertha, go. Bertha macht dich ein wenig schwerer, dann werden wir schneller. Ich sag mal so. Es mehr. Wäre der fett. Doppel zu fett wie ihr. Das sind halt die Orks, ne? Die muss nur was schweres haben, dass sie schnell werden. Oh, 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 oh. Nice. Ah, Fiskhelden. Und ich will euch meine Günt gewähren. Oh, wir haben Geburt. Wir brauchen uns ja zurück. Oh, wir brauchen uns ja zurück. Die brauchen wir uns bei Tribut. Oh. Bertha. Wir sind zu geil, sind auf jeden Fall wichtig. Sehr wichtig. Mit Bertha natürlich. Ohne Bertha läuft das nicht. Bertha, ohne Leute, ohne Bertha, ne? Das ist vorbei. Voll das geil ist, ich kann Fähigkeiten setzen, wenn du dein Ding anhörst. Oh man, da rennen zwei Gegner rein. Und auch die schlimmsten Gegner überhaupt. Nice. Du kannst dich voll bewegen, wenn du diesen Schlag aufletzt, ne? Ja. Ja, ja, ja. Weil du immer stehen bleibst, ich meine. Sehen. Ding. Ja. So klar. Kommen wir schon? Kommen wir. Nice. No, easy weiter. Walla freut sich wie dasselbe unsere Bekanntschaft, glaub ich. Ja. Ja. Unser Name ist auch Lapin. So weiß. Mit 3P. Ja, nach moderner Rechtschreibung. Ich glaube... Ich glaube, das ist richtig. Uh. No. Walla down. No. Oh. Boah, es ist gut. Ich hab Walla mitgenommen. Ich hab jetzt noch viel zu. Ku war zu spät. Möschen down. Erster Tod, Alter. Mit sugar. Nice. Aber wir haben zumindest Walla mitgenommen, also geht das schon klar. Walla ist... hart. Und Nacebo uns geholt, wegen uns scheiß Ding da. Und gut. Jawoll. Werter, los geht's. Geht doch zu dritt auf Nacebo drauf. Der ist alleine. Ist doch doch. Nö, mit dir. Und der ist tot. Klasse gemacht. Bäm. Walla Destruction. Oh, da kommt doch... Nova Destruction, meinst du? Oh, ich dachte, das war Walla. Nee, das war... Bescheid doof. Jetzt wird aller töten. Sterb brutal. Ich werde alles auslösen. Ja, der Mongo da hat uns ein bisschen behindert. Weil er behindert ist. Jetzt wird er sterben. Ist der? Der sterbte. Oh nein. Abschinder. Er ist alles im Griff. Ich werde das Ding endlich. Lauf dir mal nach links. Lauf dir mal nach links. Ja, ja, ja. Er war alles im Griff. Ja, da, da, da. Unser Freund, ey. Wird. Lol. Gewonnen. Einmal, oh. Wer ist der Hobby? So, Copy. was ich jetzt lauzeit oh shit jetzt kommt nur noch oh fuck boosted ja mach ich schon hab ich auch oh scheiß Waller mit dir und oh no oh no oh no der hat Waller getötet zieh dich zurück Bombe kommt Bombe unterwegs ja ich bin doch schon dabei du bist doch B alter es geht nicht länger ich hab keine Lust auf Chainer oder so und dir ein Strahly ich schuldet mir jetzt wie du wenn Batscher die noch weg holt der wird Batscher der Tivo schafft krasser Scheiß alter macht er jetzt ist mir direkt zum nächsten los go Bertha geh ab guckt sich schon irgendwie so ein Doppel zu spielen ist mega nice ja einfach 7 Assists schon haben 1 Kill hab ich's gemacht und du schon 3 ja geh drauf geh drauf geh drauf Bombe so der machte fertig 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 Hier irgendwie zuständig auf das... Nova Nova! Ja... Und Walla! Und Shader! Erzeugt! Ja! Ich will jetzt... Busken! Fahre ich für dich! Ich geh mal zu über Charme! Werther? Das geht's! Werther, wir ziehen in den Krieg! Werther, wir ziehen in den Krieg! Das war wichtig! Der zu glücklich unterwischt! Naja... Wir sollten uns zurückziehen! Ne, 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 wir sollten uns zurückziehen! Geh den Busch! Geh den Busch und zieh dich zurück! Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern! Aber auch immer, der CW jetzt reingehört, dass er die eingekriegt hat, alleine! Sehr drückt! Äh, ja! Ja, wir füllen uns schnell genug! Ja, wir haben schnell genug! Sicher, sicher! Wir wären eh voll gewesen, bevor wir da gewesen wären! Das ist mir gerne, Alter! Die Geister sind mit uns! Die Geister sind mit uns! Ich muss sagen, der spielt sich verdammt geil! Man hat dafür natürlich einen Schar weniger, weil wir zu zweit in einem Körper stecken! Oh mein Gott, Alter! Weiter! Reißt sie Stücke! Der theoretisch seiten jetzt Bus holen! Ja, der coloured nicht! ja so die gegner noch was ja karten geschafft er vertretert dann wird er gut ist Sein gegnerischen Boss töten Ja, das war... Ja, das war zu stark Ja, unsere Ulti muss ja auch so stark sein wie zwei Ultis auf einmal, ne? Wenn wir nach zwei Spieler die ne Ulti einsetzen quasi Wobei du ja auch nochmal ne Ulti hast Ich hatte noch ne Ulti, ja Wir haben einfach zwei Ultis, welcher hast du eigentlich genommen? Diese Aura oder diesen Schlag? Äh, gut Ich weiß Wir sind zwei Level über denen, das sollten wir eigentlich schon hinkriegen Wir sind dreimal weniger jetzt Boah Ja, aktuell noch, jetzt nur noch zwei Nur noch einer Noch Buschcamper Links Ja Buschcamper links Ja Ja Da hinten Nat Voila Boah Boah Jetzt geht's wieder! Ja! 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 Das ist schlimm! Wir haben geschossen gegen uns. Außer unser Verbündeter natürlich captured uns. Jetzt geh weg. Oh, I think. Was ist das? What the fuck? Wir sind zu einem Heilbrunnen. Ah, du hast ein Disconnect? Ja. Ich bin ich choppen. Jetzt bin ich choppen. Was bist du? Choppen? Ja, ich bin Choppen. Und Choppen hat sich erstmal instant töten lassen, weil er sie in die Mitte des Weges stellt, um seinen Punch aufzuladen. Das ist schon ein richtig Choppen-Style hier grad. Scheiß und Dungeons. Ja, wir halten noch mehr Standbilder, ja. Ja. Boah. Komm, Nazebo, töte ihn. Ach, Mann, was machst du? Das war jetzt nicht so schlauer Nutz. Ja. Jetzt kommt der andere. Und es hat ein Widerstand-Bild. Pfff. Was willst du denn, du? Es wurde Zeit, dass ihr zurückkehrt. Alt. Wir haben Boss in einer Minute wieder. Wir hören zu. Mach jetzt Boss, ja. Was? Nee, können die auch noch nicht. Doch. Was ist denn? Oh, f*** dich. Oh, Mann. Rainer. Ja, das legt so hart. Passt. Ich hab halt gar nichts mehr geflickt bei dem Teamfight grad. Oh. Boah. Da bist du ein bisschen mad reingelaufen. Ja, da bin ich bisschen dumm, weil ich nicht gesehen hab, dass Walla ihre Ulti hatte. Boah. Zerto ist einfach... OP. Das geht nicht. Und das wird ausgelöscht. Nice. Nice. Diese Seidner lässt sich uns beigen. Haben die Sekunden, wenn wir hin können, müssen wir den machen. Okay. Wichtig. Das ist nicht dein Einkommen sein. Diese Seidner lässt sich uns beigen. Dann euer Subjektion blade verlebenderlos. Super, dann hat das Hass gewillte. Das glaube ich. Er ist behindert. Er wird besser. Er hat gar nichts gegen ihn gehört. Das war ein Triple-Hit, würde ich sagen. Ich muss nicht cool sein. Ach, das... Wir müssen hier schnell runter, für den hier im Boss. Das wird so gut los. Ja, weil dann haben wir den Tributen-Bonus. Mach Busch-Camper so ein bisschen, genau. Oh, der Fotze. Gut stehen. Boah, das ist unlangsam. Die Feinde werden geschwächt. Was? Let's... Ich hab Nocebo fast getötet. Ich hab Nocebo getötet. Walla. Ich seh's. Ah, das ist zu schnell für mich. Ich mein nicht Nova, ich mein der Walla. Du hast schon richtig gehandelt. Galk. Jetzt Nova. Ich kann den Helden unerfaltbar machen. Kannst mich unerfaltbar machen, wenn du willst. Äh, ne, kann ich noch nicht. Na, wenn du willst. Ja. Du kannst den Skill lernen. Ja, ich weiß auch, wie funktioniert. Aber bringt der uns so viel. Weiß nicht. Ihr könnt halt nicht mehr gestand werden. Das ist alles, was es bringt. Ja, okay, dann mach ich den einfach. Das gegnerische Team. Weil du dem einklopft, glaub ich den anderen weg. War's? Die haben das gegnerische Team wie ausgewischt. Und wir haben gewascht. Und wir haben gewascht. Was? Was? What the fuck, Alter? Wie hat der das gemacht? Und so endet der Fluch. Holm. Hä? 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 Nein. Aha. Und Serratol. Nice, Leute. Nice. Also 4. 30 Points. Ja, nur stell dich ruhig gespielt, Leute. Fürs anfang. Erstmal schon gut einspielen. Ich würd sagen, auch noch eine zweite Schnellrunde nochmal wechsel, damit ihr auch mal die Seite geil seht. Und dann würd ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Bis gleich. Salut. Bis zum nächsten Mal.